Hilfe, mein Rentenbescheid ist noch nicht da. Was kann ich tun? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 25. Juni erreichte uns eine Mail, eine Frau bezieht seit 2012 eine Witwenrente und bis zum 25. Juni 2020 war ihre Rentenanpassungsmitteilung noch nicht in der Post. Hilfe, mein Rentenbescheid ist noch nicht da. Was soll ich jetzt tun? Nun, könnte es sein, dass da Bescheid auf dem Postweg verloren gegangen ist. Sie ist deshalb besorgt, weil sie ja davon ausgeht, dass zum 1. Juli 2020 die höhere Rente berechnet werden muss und dann auch auf das Konto überwiesen werden muss. Wir wissen natürlich nicht, ob ihr Rentenanpassungsbescheid oder ihre Rentenanpassungsmitteilung auf dem Postweg verloren gegangen ist, aber Sie müssen sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Denn nach dem Datum, was Sie uns hier angegeben haben, 2012, dürfte Ihre Rente ja eigentlich erst am Monatsende ausgezahlt werden. Das heißt also, die Rentenerhöhung wird Ihnen frühestens am 31. Juli 2020 ausgezahlt. Und die Rentenanpassungsmitteilungen sollen für alle Rentner bis spätestens 23. Juli 2020 fertig sein und auch mit auf dem Postweg verschickt werden. Das heißt, jeder wird eine Rentenanpassungsmitteilung bekommen. Vielleicht natürlich auch in Ihrem Fall etwas später. Das kann auch passieren. Aber dann wundern Sie sich bitte nicht, wenn auf Ihrem Konto auf einmal ein anderer Rentenbetrag steht. Das ist dann schon der erste Fingerzeig, dass die Deutsche Rentenversicherung oder der Postrentenservice Sie nicht vergessen hat. Also deshalb keine Sorge haben, Ihre Rentenanpassungsmitteilung wird kommen. Sollte sie nicht kommen, dann schreiben Sie einfach die Deutsche Rentenversicherung an und fragen nach, was da los ist. Aber das würde ich wirklich an Ihrer Stelle erst im August oder im September machen. Zumal, wenn Sie wirklich schon die neuen Renten überwiesen bekommen, dann fehlt ja wirklich nur noch dieses Blatt Papier, wo es verbrieft ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.